Brandneu bei mir im Edeka entdeckt und zwar drei neue Tiefkühlgerichte. Es gibt aber insgesamt fünf, in meinem waren aber drei vorhanden und zwar von der Marke Vasco & James. Einmal einen süßen Kaiserschmarrn Butter Chicken mit Basmati Rice African Curry. Alles 100% recycelbar verpackt und natürlich handgekocht. Man kann es in der Mikrowelle oder auch im Ofen zubereiten. 400 Gramm haben jeweils die klassischen Gerichte, Zutaten und Nährwerte sind auf der Rückseite vorhanden. Dann Butter Chicken mit Basmati Reis und Würzspinat. Sieht auch total lecker aus. Das Ganze mit Hähnchenfleisch in Tomatensauce, Reis und Spinat. Auf den Kaiserschmarrn mit Zwetschgenröster und Vanillesauce freue ich mich besonders. Der hat 350 Gramm Inhalt und ja, es gibt noch Pilzrisotto. Das hätte ich sehr, sehr gerne getestet. Dann gibt es auch noch ein Kichererbsenkurry. Das sieht auch total lecker aus. Dann wie gesagt der Kaiserschmarrn, Butter Chicken und African Curry. Nächste Woche wird auf jeden Fall getestet. Ich freue mich. Kaiserschmarrn